Keine Ahnung, ob sie jetzt schon weit weg sind oder nicht. Ah, ich habe da unten einen gesehen. Einer ist mehr links von mir hier oben. Sehr zu bewegter Wichser. Hab ihn, hab ihn. Was ist denn mehr, du Beobachter? Ja, damit ich einen Zettkill machen kann. Ich glaube, sie sind hinter dem Gebäude. Also wir könnten da jetzt glaube ich schon hin. Ich probiere es jetzt. Hä? Wo hockt denn der, Alter? Scheiße. Ach, der war unter der weißen Hütte glaube ich. Der auch direkt unter dir. Genau da unten ist er irgendwo. Und... Du musst sie malben satt. Oh. ải Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß nicht, wo er war. Keine Ahnung. Frage ist, war das der Body? Ich glaube nicht. Oder welchen hast du erschossen? Den White Shirt. Ja, das könnte der Body gewesen sein. Ist er so rot angezogen? Ja. Ja, das ist der Body. Schmerzes Hemd. Welcher ist der? Das sind mehr Steps als seiner. Oh, man war noch einer. Ja. Ja, jetzt brannt man hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, die sind schon hier? Ja Jetzt haben wir auch rege Campos Ich bin so low Wo liegt denn? Ah Ich habe keine Ahnung, aber da ist sehr gut Fuck Ich bin ziemlich hart gehittet Eines war erinn, pass auf Ich glaube, das ist die Stufe hoch Hoppern Sehr schön 20 mal Ja Ich habe den anderen Ich habe den anderen Okay, sehr schön Gott, schloss Hier Okay Ist er noch da unten? Alles Ja Wow Jaaa! Alter, da ist wirklich noch was da! Ich geh schnell hoch, oben ist das Bärschleimann, ich brauche ich! Mach da mal zu! Kann man nicht mehr zumachen, shit! Jaaa! Faktor ist die! Kannst du den Chef Bärschleimann machen! Ich kann die Waffe nicht aufnehmen! Vier Leute, vier Leute! Was ist drin? Geil, geil, geil! Die Call of Rival hier ist fast leer! Nein! Guck mal! Okay, zank ich nicht raus. Ich schau nochmal. Woah, direkt da! Scheisse, das ist mir klar. Oh naaaah! Durch die Wand. Fuck. Oh, fuck. Oh, fucking no. Aber war grundsätzlich geil eigentlich. Obgesehen davon, dass unsere 50er-Harte jetzt weg sind. Aber trotzdem war ne intense round. Ja, schon eigentlich. Fuck. Das ist zugekommen.